Willkommen zum finalen Part von Let's Race Super Mario Sunshine! Oh yeah! Mario schläft bis jetzt noch, aber wir müssen ihn leider gleich aufwecken, um Bowser zu besiegen. Yes! Mario liegt da wie tot eigentlich gerade so auf dieser Stelle. Auf los, lauf mir los! Okay. Und ja, es könnte knapp werden, es könnte aber auch eindeutig werden, wir wissen es nicht. Okay, 3, 2, 1, los! Und wohl, die Z-Blasen war noch da, als man im Krieg war. Okay, Colina Corona! Oh Gott, ich glaubte man durfte keine Millisekunde in diese Flammen, oder? Jop! Scheiße, auch nicht in diese Spieße, oder? Nee! Scheiße! Ich würd's nicht versuchen, sagen wir mal so. Wow, das war knapp, naja geht. Das schwierigste finde ich eh immer noch aus dem Boot. Ach ja, die Scheiße kommt mir auch noch. Weil mit dem Level kann ich mich noch ganz gut erinnern, weil ich damals so lange dran gehangen hab. In meiner Kindheit, eher gesagt. Wow, das war knapp, ich hab's grad noch, äh, ich konnte grad noch die Flamme löschen. Ach ja, hier hab ich mal beim Boot verkackt damals. Wart mal, so geht das vielleicht auch. Weil man macht dann zu schnell und man, dann lenkt das Boot überhaupt nicht mehr recht. Aber das Boot ist noch ein bisschen verbackt, sag ich mal. Ja, ein bisschen. Weil wenn du manchmal in die gleiche Richtung machst, dann lenkt das in die andere Richtung, in die entgegengesetzte. Und das ist nicht schön. Ich glaub, ich fall gleich, ich mein... Oh Gott! Nein, 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 zurück, zurück. Nein, nein, man ist hier so angespannt bei diesem Boot. Man will schnell machen, aber... Nein, nicht dagegen. Ich fahr grad zurück, Alter. Voll. Scheiße. Okay, über den letzten Meter kann man zwar abspringen, aber das ist noch ein Stück hin. Fahr'm Boot zurück, Alter, was soll das? Alter, nein, dreh dich doch einfach. Nicht gegen die Wand, nicht gegen die Wand. Jo. Alter. Nein, ich bin abgekackt. Scheiße, ey. Ich bin tot. Oh Gott. Millimeterweise bin ich grad da an diesen Scheiß... Nein, ich fall... Nein! Oh Gott. Runtergefallen? Ja, ja. AGW. IMA. Keiner weiß, was das bedeutet. Oder doch. Zumindest, was ich sage. Ey, was fail ich hier? Nein! Scheiß Boot, ey. Hier hab ich noch nie gefehlt. Okay, du... Ich lass mir hier Zeit. Also, ich bin grad zwar bei der Raketenüse, wo es da hoch geht, aber ich bin schon ein paar Mal runtergefallen. Aha, die Kamerasicht ist viel besser. Nun, ganz Superman Sunshine ist nicht einfach. Das hat sich auch in diesem Let's Race herausgestellt. Obwohl, ganz ehrlich, wir beide waren gut. Auf jeden Fall. Man kann's besser machen, aber ich fand, äh, wenn man sich jetzt mit ein paar anderen Personen vergleicht und so weiter, waren wir nicht ganz schlecht, aber auch nicht perfekt. Wir haben's auch schnell gemacht, weißt du? Jetzt kommt der letzte Kam. Wär's ein Let's Play, dann wird man sich eher noch ein bisschen mehr konzentrieren als Schnelligkeit. Ja. Wir müssen's einfach schnell machen. Das ist scheiße. So, jetzt lock ich den hier hin. Ich bin doch wieder am Arsch, das gibt's nicht. Oh Gott! Oh, das war mir leck das vorbei. Ich mach mal rechts. Nein, ich hab doch getroffen, Alter! Ey, ich hab... Ganz ehrlich, ich hab grad getroffen und der meinte, nee. Ja, klar, Mario. Mario. Chill. Chill, chill, chill. Äh. Übertreib's. Genau. In die Richtung immer antäuschen. Und dann in die Entgegendsitze... Nein, 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 nein. Scheiße. Alter. Lol. Wo bist du, Gott? Es leckt grad hier bei mir im Spiel übelst. Zumindest kam es mir so vor. Jetzt wieder fast in der Mitte, fast beim... Ah, Gott. So. Und das, und wenn ich jetzt feile, hab ich ein Problem. Was? Ich hab das... Hä, nee, doch, doch, doch... Nee, nee, nee. Ich bin beim Boss. Also. Nein, oh, Gott. So. Und... Würde das Buch mal nicht zu lecken, lecken? Ja, wenn diese Masse daraus kommt, dann kann es mal sein, dass es leckt. Scheiße. Nein. Nein, 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 nein. Scheiße. Komm, 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 komm. Ich mach doch... Alter. Alter. Ich... Nein, 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 nein. Ich hab mich grad in letzter Millisekunde gerettet. Hallo nach... Was macht der jetzt, wenn ich nach rechts denken will? Mach der nach vorne. Ey, ey, wieso verspeit Bowser jetzt in die Richtung Feuer? Äh, Feuer. Wenn ich da... Wenn ich nach da gehe... Ach, und jetzt... Nee, jetzt... Nee, nee, nee. Alter. Wieso gefällt hab ich hier noch nie? Ey, mein Bull leckt die noch nicht. Scheiße. Ja, klar, jetzt werden wir auf einmal wieder alt. Was soll der Kack? Jetzt, komm, 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 und win! Boah, Alter, war das knapp. Ich hatte auch nur noch zwei oder drei Leben oder sowas. Okay. Fisch, Fure. Oh, Gott. Piss, Fisch. Wo bist du, Gott? An den Wolken. Hurenkack, Arsch. Mach voran. Du brauchst gar nicht mehr weitermachen. Ich hab schon gewonnen. Ey, na, ey, hast du nicht. Nee. Haha, verarscht. Ich hab die ganze Zeit beim Boot gefailt. Gefailt. Ja, angeblich. Oh Gott, Mario, was sieht er? Dreckweg ist... dort. Äh, Dreckweg ist tot. Tot. I am dead. Game over. Gut, um euch jetzt hier noch ein bisschen zu unterhalten, während bei mir schon die Endsequenz kommt und LinkX2 noch weiter Pech hat. Nö, diesmal nicht. Wieso? Weil ich schon lange durch bin. Scheiße, stimmt. Ich mein, das ernst. Ja, ja. Äh, ich bin ja schon beim Abspann. Fahre ich auch. Ey, Twitter, das ist kein Spaß. Ist klar. Das kannst du bei der Aufnahme überprüfen. Ich hab gewonnen. Ist hier, ja, ja, ist klar. Bei mir kommt gerade der Scheinstreut. Nee, bei mir ist schon lange vorbei. Ja, du hast schon vorgespielt. Du hast schon bei... Äh, äh, bei der letzten Plattform beim Boss angefangen. Er ist beim Race. Junior, I've got something. Nee, ich bin schon... ...wirklich. Ja. Ich glaub dir jetzt auch. Und Ende mit dem Spiel. Ist klar. Wirklich? Du hast mich jetzt nicht verarscht. Ja. Du hast mich nicht die ganze Zeit verarscht. Okay, ich hab bei den Wolken bei der Raketendüse unnötig gefehlt, als es da hoch geht. Der Anfang, der Rest hab ich eigentlich gut gemacht. Dann hab ich beim Boss gefailt, ganz ehrlich. Und da konntest du mich wirklich eingeholt haben. Aber der Abstand, wo du das grad gesagt hast, mit Credits und bei mir der Film. Der ist schon recht groß. Deswegen weiß ich nicht, ob ich dir vertrauen soll. Und bevor das Video jetzt... So, Bowser ist jetzt own. Was? Ja, jetzt kommt Abspann. Bowser ist jetzt own. Ach, jetzt auf einmal. Und Bett. Jetzt auf einmal. Oh, tschüss, Bowser, du Hure. Bei mir sind grad die Credits dran. Okay. Leute. Chris hat fair gewonnen. Bei diesem Part. Es kommt noch zwei Special Parts. Einer wird von Extra Leveln sein und der zweite wird noch ne... Ganz besondere Überraschung, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Auf jeden Fall, was das sein. Das ist episch. Ich hab dieses Rennen gewonnen. Ähm, la 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 la, das ist toll. Wenn ihr uns hier zugeschaut habt. Eine riesen... Eine riesen... Eine riesen... Eine riesen Dildo. Links. Raste nicht aus. Hört's frei, ihr bist nicht. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann hoffentlich auch in den Special Parts wieder. Bis dann, guys. Tschüss und... Tschüss. I.M.A. LOL. Thank you very much for playing my game. Um... Vielen Dank.